Herzlich Willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute hören Sie unseren Kantor Franz Spenn an der Orgel und mich, Pastorin Tanja Sievers, im Wortteil. Zu Beginn beten wir im Wechsel. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon in den vergangenen Wochen begleitet uns auch heute ein Zitat des Theologen und Pastors Dietrich Bonhoeffers, dessen 75. Todestag sich in diesem Jahr jährt. Am 9. April 1945 wurde er hingerichtet, nur wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 8. Mai, also erst vor wenigen Tagen, haben wir den Tag der Befreiung begangen. 75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkriegs nun her. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs endete auch die Diktatur des Naziregimes. Dietrich Bonhoeffer hatte sich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen. Für ihn gab es aufgrund seines Glaubens nur die Konsequenz für den Schutz der Menschen und die unantastbare Würde des Menschen einzustehen. Bereits im April 1933 hält er einen Vortrag vor einem Kreis von Pastoren. Bonhoeffer spricht vor seinen Kollegen von dem Verhältnis von Kirche und Staat. In diesem Vortrag finden wir das bekannte Zitat, dem Rad in die Speichen fallen. Bonhoeffer wollte den Staat an seine Aufgabe erinnern, für ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Er geht in diesem Vortrag darauf ein, wie Kirche handeln muss, wenn der Staat die christliche Verkündigung gefährdet. Zunächst, so sagt er, muss die Kirche den Staat nach der Legitimität solchen Handelns fragen, sollte der Staat in die Verkündigung eingreifen. Die Kirche muss sich unbedingt, so Bonhoeffer, an die Seite der Opfer jeder Gesellschaftsordnung stellen und es diesen in besonderer Weise verpflichtet, auch wenn diese nicht der christlichen Gemeinde angehören. Bonhoeffer erkannte also schon 1933 die Notwendigkeit, den Opfern unter dem Rad von Unfrieden und Ungerechtigkeit beizustehen. Und die dritte Möglichkeit kirchlichen Handelns besteht darin, so Bonhoeffer, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in diese Speichen zu fallen. Außerdem sagt er, solches Handeln wäre politisches Handeln der Kirche und ist nur dann möglich und gefordert, wenn die Kirche den Staat in seiner Recht und Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht, das heißt, wenn sie den Staat hemmungslos ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht verwirklichen sieht. In beiden Fällen muss sie dann die Existenz des Staates und damit auch ihre eigene Existenz bedroht sehen. Soweit Dietrich Bonhoeffer in seinem Vortrag im Jahr 1933. Dem Rad in die Speichen fallen. 1933, während viele Menschen Adolf Hitler zujubeln, sieht Bonhoeffer schon die Gefahren, die vom Naziregime ausgehen. Der Schutz der Opfer ist eine seiner ersten Aufgaben, der er sich stellt. Als Pfarrer in London begleitet er Flüchtlinge aus Deutschland. Die Opfer unter dem Rat verbinden, das ist das eine, was er macht. Dem Rad in die Speichen fallen, dann das andere. Bonhoeffers Handeln ist konsequent. Was er 1933 in seinem Vortrag schon andeutet, setzt er in die Tat um. Er möchte dem Rad in die Speichen fallen, daran mitwirken, dass Hitler gestürzt wird. Wenn es sein muss, auch durch einen Attentat. Er unterstützte das geplante Attentat auf Hitler, was ihm dem Frieden und Gewaltfreiheit so wichtig waren, sicher keine leichte Entscheidung war. Immer wieder rang Bonhoeffer mit der Frage, wie mit Schuld umgegangen werden soll. Die Schuld, die Menschen im gewaltsamen Widerstand auf sich laden, indem sie den Tod vom Menschen hinnehmen, um der Diktatur, die so viel Leid über die Menschen bringt, ein Ende zu machen. Dem Rat, gewaltfrei in die Speichen zu fallen, war für ihn eine Priorität. Doch es wurde deutlich, dass diese Art von Widerstand nicht ausreichen würde. Doch Bonhoeffer wurde schon vor dem Attentat, das im Juli 1944 auf Hitler verübt wurde, gefasst. Von 1943 bis zu seiner Hinrichtung im April 1945 war ein Haft. Seine Hinrichtung geschah auf persönlichen Befehl Hitlers, kurz vor Ende des Krieges. Das Rad wollte weiterrollen, zeigen, wer die Macht hat, obwohl es schon offenbar war, dass dieses Rat, das Nazi-Regime, bald nicht mehr existieren würde. Dem Rat in die Speichen fallen. Politisches Handeln von Kirche wurde und wird diskutiert. Gerade und auch in den letzten Jahren, wo sich die Gesellschaft auch hier in Deutschland zunehmend spaltet. Nach den Attentaten in Halle im Oktober 2019 wurde deutlich, dass der Schutz der Opfer, wie schon Bonhoeffer sagte, Priorität habe. Daran denke ich heute, 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenn die demokratischen Institutionen der Lächerlichkeit preisgegeben werden, dann ist Widerstand angesagt. Wenn die Möglichkeiten einer freien Gesellschaft genutzt werden, um gegen Minderheiten Stimmung zu machen, dann ist Parteinahme nötig, nicht Gleichgültigkeit. Auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Augen offen halten, Unrecht sehen, den Opfern zur Seite stehen und wenn es not tut, dem Rat in die Speichen fallen. Ja, ich weiß, wir leben in anderen Zeiten. Doch Bonhoeffers Vorbild kann uns helfen, die Zeichen unserer Zeit wahrzunehmen, bevor es zu spät ist. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020